Herzlich willkommen zu den Sport1 News und die starten mit der Europa League. Da ist der VfB Stuttgart ausgeschieden. Der Tabellenvorletzte der Bundesliga verlor gegen Benfica Lissabon auch das Rückspiel, diesmal mit 0 zu 2. Und dabei verletzte sich auch noch Torwart Marc Ziegler. Bei einem Zusammenprall hat er eine Gehirnerschütterung erlitten. Wie lange er ausfällt, das ist noch offen. Auf jeden Fall aber am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Und damit hat es Bayer Leverkusen als einzige deutsche Mannschaft ins Achtelfinale der Europa League geschafft. Nach dem 4 zu 0 im Hinspiel gewann die B-Elf von Jupp Heynckes auch zu Hause gegen Charkov und zwar 2 zu 0. Der angenehme Nebeneffekt. Die Bundesliga hat vom kommenden Jahr an einen festen dritten Startplatz in der Champions League. Dank dieses Leverkusener Sieges gestern und des Sieges der Bayern in Mailand hat Deutschland nämlich in der 5-Jahres-Wertung den dritten Platz gefestigt. Und die Leverkusener, die träumen jetzt schon vom ganz großen Coup. Hier sind die Meldungen des Tages. Leverkusen titelreif. Bayer Leverkusens Angreifer Stefan Kießling rechnet sich nach dem souveränen Achtelfinaleinzug in der Europa League gute Titelchancen aus. Also wir haben eine Mannschaft, die titelreif ist. In der Liga haben wir es leider verpasst. Das Spiel gegen Dortmund, dann wären wir vielleicht noch ein bisschen reingekommen. Aber jetzt haben wir klar ein Ziel vor Augen, dass wir jetzt erstmal die nächste Runde überstehen. Und ich glaube ganz weit auf dem Berg ist natürlich das Finale. Aber das ist noch ein weiter Weg. Werder will mit Alofs verlängern. Nach dem Willen des Aufsichtsrates soll Klaus Alofs auch über 2012 hinaus vorsitzender Geschäftsführer bei Werder Bremen bleiben. Wir würden den Weg mit Klaus Alofs gerne weitergehen, sagte Aufsichtsratsboss Vidi Lembke, der Bild. Für Alofs in Zeiten der sportlichen Krise ein großer Vertrauensbeweis. Er arbeite gerne für Werder und fühle sich in Bremen sehr wohl, so der 54-Jährige. Eine weitere freudige Nachricht erteilte Angreifer Claudio Pizarro den grün-weißen. Der Peruaner steht in Bremen nach überstandener Zerrung gegen Bayer Leverkusen wieder zur Verfügung. Caristeas winkt Schalke-Debüt. Winterneuzugang Angelos Caristeas steht vor seinem ersten Einsatz im Schalke-Trikot. Trainer Felix Magath sieht den Griechen schon gegen Nürnberg als Option im Sturm. Angelos habe sich im Training verbessert. Vielleicht gäbe es ihr am Samstag eine Überraschung, sagte der Coach. Caristeas fühlt sich bereit für sein Bundesliga-Comeback. Gegen seinen Ex-Klub sei er doppelt motiviert, erklärte der 31-Jährige. Es ist der Knaller morgen Abend in der ersten Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München empfängt den Tabellenführer und Borussia Dortmund kommt mit 13 Punkten Vorsprung in die Allianz Arena. Der BVB hat seine Klasse in dieser Saison schon vielfach unter Beweis gestellt. Aber morgen, da steht wohl die bisher schwierigste Meisterprüfung an. Angst haben die Himmelsstürmer von Jürgen Klopp keine Respekt, aber durchaus. Der BVB macht sich bereit für den großen Prüfstein. Für ein Duell der besonderen Art. Ein wahnsinnig reizvolles Spiel, weil es auch immer groß drum herum reden. Das ist der erfolgreichste Verein der letzten 100 Jahre gegen die Mannschaft, die die meisten Punkte hat. Die gesamte Liga wird am Samstag nach München schauen, wenn der Spitzenreiter auf die selbsternannte Nummer 1 im deutschen Fußball trifft. Klar ist, dass Bayern München nach wie vor der Branchenführer ist. Da brauchen wir gar keine großen Vergleiche anstellen. Das ist 350 Millionen Umsatz, das sind Standortvorteile, das haben sich aber auch über Jahrzehnte sehr gut erarbeitet. Insofern ist das überhaupt kein Neid oder irgendetwas. Den Vergleich müssen wir gar nicht antreten. Wir müssen einen Vergleich antreten, das ist Fußball. Und da sah es im Hinspiel für den BVB deutlich besser aus. Den klaren 2-0-Sieg hat man bei den Bayern noch nicht vergessen. Auch ohne große Verbalattacken aus Dortmund, die Motivation der Münchner wird stimmen. Wir haben viele Dinge gemacht, um die Bayern zu reizen, ohne was dazu zu sagen. Wir haben es einmal in der Hinrunde geschlagen, wir haben dann relativ häufig gewonnen, haben viele Punkte gesammelt. Und das heißt, es ist, glaube ich, schon ein Spiel, in dem sich die Bayern noch mal anders wahrnehmen werden, als wir es vielleicht sowieso getan hätten. Und wir wollen beweisen, dass wir da unseren Spielstil eben einfach durchdrücken können. Sollte das gelingen, könnte die Borussia auch einen der letzten großen Prüfsteine in Richtung Titel aus dem Weg räumen. Eine bittere Pille muss der 1. FC Nürnberg schlucken. Stürmer Julian Schieber hat sich nämlich im Training an den Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Er muss operiert werden und fällt jetzt mindestens sechs Wochen aus. Das war es schon wieder von den Sport1 News. Ich sage Tschüss und hoffe, dass wir uns bald wieder sehen.